In diesem Video zeige ich euch vier interessante Tricks, die dein Leben leichter machen. Wenn du einkaufen gehst und vielleicht keine Münze dabei hast, kannst du mit einem Hausschlüssel so einfach den Einkaufskorb öffnen, so wie ich in diesem Video zeige. Mit Hilfe von Tesafilm kannst du leicht die Fußeln von deinem Pullover entfernen. Wenn dieser Verschluss von Tasche kaputt ist, kannst du mit Hilfe von Kabelbinder so verwenden, wie ich in diesem Video euch zeige. Danach kannst du mit Seife oder mit Kokosöl den Verschluss ein bisschen schmieren und der läuft super, schnell und besser. Kabelbinder kannst du so schneiden, so wie ich in diesem Video zeige. Und das ist ein toller, genialer Trick. Damit kannst du die Abflüsse wirklich reinigen von Schmutz und Haare mit diesem wunderbaren Trick. Probier es diese Tipps einmal aus.